Jeder Star-Wars-Fan kennt den Kessel Run von Han Solo, den er in unter 12 Parsec geschafft hatte. Und genau aus diesem Grund wollte ich ein Video über diesen legendären Ort machen, der für immer mit Captain Solo verbunden bleiben wird. Der Planet Kessel befand sich innerhalb des akadesischen Mahlstroms im Kesselsektor, der sich im äußeren Rand der Galaxis befand. Der akadesische Mahlstrom, der auch häufig einfach nur Mahlstrom genannt wurde, war ein Materiehaufen innerhalb des Kesselsektors. Der interstellares Gas, Kohlenstoffberge, Eisbrocken und andere große Trümmer enthielt und den kompletten Planetenkessel umgab. Innerhalb des Nebels befand sich der sogenannte Schlund, eine gigantische Ansammlung von schwarzen Löchern, die sich in der Nähe der Kessel-Hyperraumroute befand. Eine große Besonderheit des Schlunds war es, dass die ionisierten Gase des Weltraumnebels in die schwarzen Löcher gesogen wurden, wodurch diese deutlich sichtbar waren. Dieses beeindruckende Naturspektakel gilt in der gesamten Galaxis als einzigartig und brachte dem Schlund die Bezeichnung Wunder der Galaxis ein. Jedoch war er aufgrund der starken Gravitationskräfte der Löcher auch einer der gefährlichsten Orte für Raumpiloten. Eine weitere große Gefahr im Mahlstrom waren riesige Kreaturen, die als Sommar-Verminod bekannt waren. Hierzu habe ich bereits ein entsprechendes Video gemacht. Ihr findet es oben rechts in der Infokarte oder am Ende des Videos. Der Ort war auch Schauplatz, bei dem Han Solo den legendären Kessel Run durchführte, als er den nicht kartografierten, sicheren Weg durch den Mahlstrom nahm, sondern einfach quer durchflog. Der Planet selbst hatte ein heißes und feuchtes Klima und war eine Brutstätte des Lebens. Er spielte eine zentrale Rolle im galaxisweiten Spice-Handel. Ein Großteil des Planeten war dem Abbau von Spice, Koaxium und Kesselstein gewidmet. Das sogenannte Spice war eine pulverförmige Droge, die seit Jahrtausenden von Jahren in der gesamten Galaxis verbreitet war und viele Schmuggler finanzierten sich durch den Schmuggel dieser Droge ihren Lebensunterhalt. Koaxium in seinem rohen, unraffinierten Zustand war eine sehr flüchtige und hochexplosive Substanz und musste umgehend raffiniert werden, damit es stabil genug war, um bei Raumtemperatur gelagert werden zu können. Unraffiniertes Koaxium wurde nach dem Abbau allmählich instabil und färbte sich rot, bevor es heftig explodierte, wenn es nicht ordnungsgemäß in einer temperaturkontrollierten Umgebung gelagert wurde. Eine solche Koaxium-Raffinerie existierte auf dem Wüstenplaneten Sabarin. Der gerade erwähnte Kesselstein war ein Mineral, das ebenfalls in den Spicemen von Kessel abgebaut wurde. Brocken des Gesteins konnten zu Pulver gemahlen werden, das dann von Kriminellen zur Herstellung eines starken Betäubungsmittels verwendet wurde. Beim Abbau wurde jedoch ein giftiger, fossiler Brennstoff in die Atmosphäre von Kessel freigesetzt. Während die nördliche Hemisphäre von Kessel dem Bergbau gewidmet war, befanden sich auf der südlichen Hemisphäre des Planeten üppige Heiligtümer. Zur Zeit der imperialen Herrschaft unterhielt das galaktische Imperium mehrere der Bergbaubetriebe und beschäftigte zahlreiche Sklaven, um das Spice zu ernten, darunter auch Wookies. Jahrelang handelten die Pikes mit dem auf Kessel abgebauten Spice und benutzten Schmuggler und Frachtkapitäne, um es an verschiedene Verbrecherfamilien in der gesamten Galaxis zu liefern. Diese Sklavenbergwerke waren ständig im Visier verschiedener Unterwelt- und Rebellenfraktionen. Und damit wären wir auch wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat die Übersicht über den Kesselsektor gefallen. Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar oder Like unter dem Video da. Solltet ihr meinen Kanal noch nicht kostenlos abonniert haben, dann holt das jetzt sehr gerne nach. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal.